So Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren pokémon stream Ja Auf meinem kanal wollte ich schon sagen ja heute ist Heute ist das turn up do dran dass Dort habe ich ja schon ein bisschen Schon gemacht ich habe es schon privat Gefangen und ich muss mir mal ein komplett neues team machen Weil ich gemerkt habe Das turn up do ein bisschen Sehr stark ist müssen das jetzt Box 13 Oh Mann wo haben sie es jetzt wo hat das spiel das turn up do hingepackt Hallo Erstmals da mal ein fiaro Ja 75 Mich mein kampf jahre hoch aus weil das braucht etwas Anderes Box 4 Box 4 Ah da Hier Da habe ich mein turn up do das kann eroptionen spukball knuddler erdbeben Und das ding hat feuerfinger ach du heilige makrele Und das geht auf spezialangriff Und das geht auf spezialangriff Oh Ok jetzt mal gucken Ok die beiden sind physisch kein wunder dass er damit nicht so viel schaden gemacht hat Aber kann ich sein spezialangriff überhaupt senken Was gibt's Son was gibt's Oh Gott ey Ja ok aber Da habe ich schon Ja das ding kann gut helfen Aber das Problem wird sein Äh Dass das zu Schnell Äh Drauf geht Weil man muss gucken nämlich Äh Ob Ob das Ähm Äh Äh Hä Ich wollte es doch nicht bewegen Oh Mann Das Spiel Macht was es will So Ich wollte gucken ob die Attacken Da sind Um Das Das Tonopto Äh Ein Bisschen Zu Ne Das kann kein Na klasse das ding kann das nicht Man muss nämlich da sein am besten sein spezialangriff senken Bei Mhhm Bericht also feuerfinger hilft sooo attacken ändern was kannst du hitze colle inferno Flammenrad, Deckel, Risikoblick, ja klar, Silberblick bringt so viel Rauchwolke. Nee, du kannst aber mit Erdbeben gekillt werden. Dir muss ich erstmal das richtige Wesen geben. Ah, Tonopto ist Spezial, das heißt, ja, ich brauche eine Mäßigminze, genau. So, dann dürfte jetzt ein Spezialangriff, ja. Auf jeden Fall besser sein. Und seine Verteidigung ist auf jeden Fall besser. Man sieht das auch in der Übersicht. Aber, Ibitav? Okay. Man braucht auf jeden Fall für den Spezialangriff zum Senken. Mein Zorok hält nicht so viel aus wie gewünscht. Ein Flug-Pokémon mit. Okay, das ist erstmal mein Kampf-Team. Erstmal wieder. Äh, du bist... Bericht. Vielleicht kannst du... Äh, Attacken erlernen, die wir brauchen. Bodyguard? Nee. Wunschtraum? Nee. Ah, was können deine Attacken? Senkt eventuell. Ja. Äh, Anwender, ja, schlägt. Das ist zu doof. Wenn man nicht... Die Attacken hat, die man braucht. Äh... Ah, Schlitzer hat... Duftwelle... Ah... Okay... Nee. Lockduft. Ausweichswerte. Konfu-Sprall, Giftstachel. Ah... 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 Klasse. Ich bräuchte ein... Für... Nee, du hast einfach zu schlechte Werte. Ah... Ja, du bist... Leider bist du Stahl, Unlicht, Stahl, Feuerschwäche. Ah... Feuer... Kampf... Ah... 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 Man muss wirklich... Schauen... Ja... Verteidigung... Hm... Aber Spezialverteidigung hast du einiges drauf. Säuse, Stimmen, Nein, Zuflucht, Nein, Psycho-Plus, Nein, Fähigkeiten-Tausch. Äh... Wär zwar gut... Kullaugen, was macht das? Ah... Ah... Den Angriffswert und nicht den Spezialangriff. Routenschlag, die gegnerische Verteidigung. Heuler, gegnerischen Angriffswert. Mitator... Charme... Ah... Angriffswerk... Stark... Ah... Ja, schön. Für den physischen Angriff... Gibt's was, aber... Ah... Sehr wenig für Spezial. Ah... Ah... Oh, Mann... Ah... Ah... Du kannst... Kampfgebrüll... Ah... Ah... Ja, nur um eins. Hast du ne Verteidigung? Ja... Aber du hast ne beschissene Spezialverteidigung. Hm... Ja... Du steigst den physischen Angriff. Aber... Ah... Ah... Das Zorak hat total schlechte Werte. Ah... Oh, Mann... Ist das besch... Sch... 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 Aber... Kampfgebrüll... Ah... Ich... Nimm dich... Ich probier's mit dir mal... Ah... Schluckpuck... Nein... Ey... Okay... Wo... Ja... Wo muss ich jetzt hin? Ah... Ah... Da oben... Das erkenne ich ja sofort... Ah... Oh, Mann... Aber... Ah... Ah... So... Ich habe das mit vier Leuten geschafft... Ja... Ja... Team Star... So... Hier ist das... Tonopto... Natürlich... Mitspieler suchen... Und Pokémon wechseln... Weil du... Weil du... Hast... Genau das... Was man braucht... Ja... Ich hoffe... Ich hoffe... Zumindest... Dass... Ja... Ach... Ja... Musik musste ich ja abstellen im Spiel... Äh... 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 Ha... 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 Man sollte auch online gehen... Das ist gerade... Äh... Ha... Ha... Oh... Man... ja habe ich auch habe ich gemerkt zann ein bisschen spät aber immerhin noch so früh dass ich das noch gemerkt habe und noch abbrechen konnte aber ich mache mal ein bisschen musik an bin gleich wieder da und Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich bin ein nicht voll trottel ich sag doch der hat feuer fänger und das jetzt ich einen von der feuer attacken super aber trotzdem ich versuch ja der hat ja erhöhte speziell verteidigung jetzt wird es ein bisschen besser das war am soundboard natürlich das problem ach so das ist wenn ich so ich habe es ja schon so laut eingestellt die option und das war es dann auch mit meinem pokémon also es aus meine wind woge zu schlecht dafür dankeschön für die hinweis das ist ja komplett in ordnung dass ich das dann selbst erfahren habe das war mal ein aber trotzdem ich muss das ja so machen ja 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 Das ist so ein bisschen Schön, dass ich nachher bin Da ist es da Da ist es Da ist es Heile So, mit Finnland zu gucken Ich hab wirklich Kein gutes Mega los Du hast so schlechte Verfallungswerke Das geht gar nicht Glorak Nee Nee, du auf keinen Fall Tiago Mit Akrobatik Was sind kann Knodler Diese Brachen sind Auf jeden Fall Nicht so Nee Und ich sage Auch Nein, mir ist Bitte Ich habe zwei Ich habe zwei Nein Ich habe zwei Bord Ich habe zwei Ich habe zwei Musik Das war's für heute. Das war's für heute. All of you, that I was a creep, man. To track me, the best of shame. You're still going to help but I'm going to get you in the cold. I'm here to go for the next hour. I'm too Jesus, man. It's a year. You better. I'm just a star, man. Und das macht das so ein bisschen besser. Scheiße Eruption, äh verdammt, Mist Eruption, ja. Ne, das kann auch noch das jetzt schon Schild, Mist, das Ding kann man nicht so schnell. So wollte ich das genau wissen, Siedertracht. So, jetzt geht's. So ein bisschen lauter. So. 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 Ich hoffe das ist so besser. Oh. Doch, Doggy habe ich. So, das müsste jetzt ein bisschen besser sein. Ich hoffe das ist jetzt richtig angenommen, dass die Stimme lauter wird und die Musik leiser wenn man redet. So. 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 Jetzt habe ich noch mal ein bisschen was anderes an, ich weiß ja noch nicht, was so geht, was hier so mit zeigt, das höre ich ja nicht, war nicht so laut, so, ich bin da so, hier könnte ich ganz gerne hier zu mitspielen, wenn wir wollen, passen wir uns in vier Jahren, so. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hallo Ben. Achso, danke nochmal für deinen Kommentar bei YouTube. Wie gesagt, ist mir so ein bisschen bewusst, aber in den anderen Videos werde ich besser. Und das waren gerade die Anfangsrunden, die du gesehen hast. Deswegen, man muss ja auch so ein bisschen immer mit der Steuerung noch klarkommen. Weil ich habe so viele Projekte, da weiß ich selbst nicht wohin. Okay. Okay. Nochmal mit dem Pokémon, du weißt aber schon, dass das Ding auch Schwäche geistert. Und von Obto kann nämlich Spukball. Das ist das große Problem bei den Pokémon. Und dann steigert es bei seinen Angriff, wenn man mit der Zaun veraust, aber... Aber man setzt es auch gegen Geistertacken aus. Das ist so cool. Oh, man. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Okay. Dann haben wir noch einen Platz final. Und dann haben wir noch einen Platz. Das ist so cool. Genau. Also ist es so cool. Der Roboter so eingestellt, dass er sowas wie Scheiße und so nicht mehr im Chat anzeigt. Meine Erinnerung kann nicht. Deswegen wird der Umdachlich angezeigt. Die Erinnerung kann nicht sein, dass er die Erinnerung ist, dass er die Erinnerung ist. Das war's. Das war's für heute. Ich kann's contain it, I'm coming out with a statement You really changed, man, all your music and arrangement You don't know shit, shut your mouth, you can save it I'm the same dude that got his cum up from the basement A hundred songs, a hundred weeks, didn't change it Experiments, development, intelligence, and patience I'll do it all again, cause I never feel complacent Let's keep the good vibes, positivity's contagious I'm never looking back, cause I made a life that's passionate A college graduate suppressing all his talents, yeah He found a way to go and change, become an advocate We're taking control of your life, go out and battle And you think you have a dream, then act on it Get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future, we all start losers We're all late bloomers, gotta struggle through the fluid Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma do it my way Okay, okay Was ich das? Gibt das so besser, Ben? so die musik ist noch mal ein bisschen runter gedreht so musik auf vier mikrofon auf sechs ich hoffe jetzt hört man mich besser ja gut ich bin nicht bereit wenn ihr dabei ist Ich habe noch ein paar Pokémon gestartet. Das ist gut. Und das ist gut. Und das ist gut. Ja, die Zeit läuft weiter, das ist das große Pop-Game. So, okay dann, jetzt ein Glas-Pokémon mitnehmen, ach, das wird eine Runde, die sicherlich auch zum Fail wird, weil wir jetzt einfach ein Glas-Pokémon mitnehmen können, aber mein Sorak ist schon halb Glas. Ich habe noch nicht mal, äh, ich müsste ihm erstmal seine Spezial-Verteidigung hochtreiben, er hat eine gute physische, aber eine schlechte Spezial-Verteidigung, dafür senkt es aber den dienerischen Ansatz. Spezial-Verteidigung senkt, super. Niedertracht, äh, das Ding senke ich jetzt erstmal um 1. Ja, Eruption, dat war's, wird man zurück. Ja klar, ohne Sonntag, äh, ich sollte mal, das Zurak muss ich gleich unbedingt mal, die Spezial-Verteidigung gleich mal hoch. Ja, dein Fisch hat aber noch was ausgehalten. Ah, klasse. Ah, komm, Zorak, du bist dran. Setz nochmal seinen Angriff und sein Spezial-Angriff runter. Ah, fehlgeschlagen. Ah, irgendwas anderes ist fehlgeschlagen. So, Knuddler. Äh, Eruption. Okay, ich habe nur noch 50 Kp. Niedertracht. Dann geht's wenigstens nochmal ein bisschen runter. Das Ding hat jetzt Minus 3. Ja, auf die Beine. Lass ich euch mal ein bisschen heile. Äh, ja, klasse. Die Heilung hat ja so viel gebracht. Ja, Eruption, das war's. Schon wieder. Die Zeit ist gleich, ist schon wieder um. Okay, ja, das richtige Team zu finden ist nicht gerade, äh, einfach, um Titan-Pokémon zu pläten. Ja, ich bin schon wieder weg. Dank einer Eruption. Ja, das hat sich natürlich von einem negativen Status befreit. Das gefällt mir ja dann überhaupt nicht. Ja, ist es. Ein gesamtes Team ist Level 100 Ben. Es hat bloß ne verdammt schlechte Spezialverteidigung. Das ist ein Obdler. Verdammt hohen Spezialangriff. Das willst du, äh, äh, ja. Das Zorok hat ne Spezialverteidigung von 187. Das ist gar nichts. Und ich hab schon, äh, ich hab schon, äh, ein bisschen höher getrieben. Ja, der Spezialangriff kann noch ein bisschen gepusht werden, seh ich gerade. Äh, hab ich noch was. Äh, inent, nein. Ja. Äh, Calcium. Äh, wie viel? Hat das Ding kann noch 5 Calcium versplucken? Ähm, okay. Dann hat es jetzt wenigstens, ja, den Spezialangriff gemaximiert von 383. Und weil ich das ja bei den Raid mit benutze, äh, inent, nein, Eisen, nein, Zink war das, ne? Jep. Das ist 4 Zink. Ich hab 196 habe ich jetzt als, äh, Spezialverteidigung. Besser kriege ich es nicht hin. Maximierte Werte. Und ich muss das Ding auch noch verteidigen, äh, fühlst du schon noch ein bisschen Verteidigung geben, aber, ja, ja, jedes Pokémon ist natürlich anders, ne, weil, ich könnte auch ein Feli mitnehmen. Das kann einiges einstecken, in der Spezialverteidigung. Und das Ding hat auch nicht gerade eine schlechte Verteidigung. Das habe ich ja schon maximierte, äh, Werte. Ne? Der Angriff kannte aber, okay, dann weiß ich, was ich kurz noch zu tun habe. Äh, wo ist das? Wo sind die Bären da? In it, Angriff. Äh, ne, das Ding hat ja nicht maximiert, also 5. Gut, und, jetzt dürfte es keinen blauen Strich mehr haben. Der Angriff ist auf jeden Fall runter. Das heißt, ich kann ihm noch mal ein bisschen Verteidigung geben. Das heißt, ah, Feli, wie viel Eisen kannst du schlucken? Das heißt, ich kann ihm noch mal ein bisschen Verteidigung machen, aber ich kann ihm noch mal ein bisschen schlucken, ja, das Ding hat jetzt eine Spezialverteidigung, äh, das Ding hat jetzt eine Spezialverteidigung, äh, das Ding hat jetzt eine Spezialverteidigung maximiert, aber den Spezialangriff runter? Hä? Ich habe den Angriff gesenkt und nicht den Spezialverteidigung, äh, das Ding hat jetzt eine Spezialverteidigung. Nee, 344, genau. Verdammt. Naja, das Tanopto ist aber auch ein verdammt guter Spezialverteidiger, ich kann es ja mal kurz nochmal zeigen, für die Leute, die nicht dabei waren. Das sind seine Werte, ich habe schon, ähm, sein Spezialangriff schon geboostet, anstatt seine, ähm, sein Wesen ist, das ist, äh, mit, die Verteidigung runter macht. Dafür den Spezialangriff immer noch pusht. So, mit Spieler suchen, es geht natürlich weiter, ich drehe mir rein, das ist ein bisschen für mich runter. So, dann nehme ich mal Felinara mit, das dürfte jetzt so ein bisschen mithelfen. Memento Mori? Autsch. Das arme Pokémon. Damit besiegt sich dein Pokémon von selbst und, äh, du erhöhst nur damit den, ähm, du besiegst sich als selbst und das ist im Raid schlecht, wenn es um einen Titanen Raid geht, aber ansonsten wäre das eine gute Möglichkeit. Ich glaube, das Ding setzt ja alle Werte runter, Spezialangriff sowie Spezialverteidigung, äh, Spezialangriff und Angriff runter. Ist dumm. Ja. Es zieht uns einfach zu viel Zeit ab. Ja. Da hat Ben recht. Da hat Ben recht. Ben, was hast du dir da mit dem großen Titanen vor? Das Ding ist doch Stahl. Oder Pflanze. Das Ding hat Feuerspraches. Ich habe schon, äh, mit so einem Team gekämpft. Äh, und das ist das Ding in die Hose. Weil einfach der hohe, zu hohe Spezialangriff von Tanopto macht richtig dämisch. Das ist es ja. So, Mondgewalt, ja, Sonnenschein. Verstärkt. Verstärkt. Feli. Oh. Okay. Oh. Ja, ich senke nochmal seinen Spezialangriff. Und Gewalt. Noch eine Eruption. 100. Feli, hau ihn nochmal. Mal seine Spezialverteidigung runter. Jep, es senkt unsere Werte. Das ist noch eine Eruption. Ah. Na komm, nochmal Mondgewalt. Jetzt müssen wir mal sein. Eruption. Oh, Feli. Okay. Und Lichtboden. Und Lichtboden. Äh, das Ding kann eine Feeattacke wie Knuddler. Das tut weh. Für dein Pokémon. Boden fängt Feuer zwar ab, aber das Ding kann trotzdem verdammt reinhauen. Ich hab nur noch 190. Super. Ja. Eruption. Zorak war ne kleine bessere Idee. Weil das hat Safe immer den Spezialangriff und den Angriff gesenkt. doch das setzt er ein. Knuddler setzt er auf jeden Fall ein. Weil, äh, ich hatte mit Zorak schon das, das Vergnügen auf, äh, ihm zu treffen mit, ähm, den, mit dem Attacken. Ja, also von daher. Okay, bei mir schon. Ich kann ja mit, hast ja eigentlich auch gesehen, dass ich mit Zorak gekämpft habe. Na, klasse. Das Ding macht. Ich will jetzt einfach nur mal wissen, äh, ich hoffe das trifft noch. Ich möchte einfach mal nur den Schaden wissen, den mein Filli macht, wenn das Ding mit Hyperstrahl angreift. Ohne Terrakristall, doch mit Terrakristallisierung. Na komm. Erdbeben. Ja. 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 Leider sieht man den Schaden nicht. Okay, was meinst du denn mit deiner Nachricht, Ben? Ne? Also, von daher, das, äh, deine Nachricht verstehe ich nicht. Bisschen lauter Musik. So. So. Nochmal Mitspieler suchen. Mhm. 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 Ja. Ja. Aber, man muss auch bedenken, dass diese übernatürlichen Pokémon natürlich auch das gesamte Team schwächen. Ja. Aber, das Ding kann einfach zu, ähm, gefühlt richtig mächtiger Attacken, die verdammt viel abziehen. Noch ein bisschen? Ja, ganz pong. Ja. Und, glaube ich. Ok, dann wieder das Pocko-Moment, ok, ja, das kann ich mir am Mund gehalten, um die Spezialverteilung zu senken. Ja, ok, ja, das Ding ist trotzdem brandgefährlich. Ich schätze mal ein Donentypen hat dir den Vorteil erbracht. Ich schätze mal ein Donentypen hat dir den Vorteil erbracht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020